Willkommen zurück zu 100% Komplettlösung zu Hogwarts Legacy. Mein Name ist Coex und in dieser Folge kümmern wir uns um den Auftrag im Schatten des Studierzimmers. Dafür werden wir allerdings erst den Auftrag davor erledigen müssen und der nennt sich im Schatten der Blutlinie. Ich aktiviere das Ganze mal und lasse mir das Ganze auf der Karte anzeigen. Ja, dann porten wir uns hier einmal zur Flohflamme, Große Halle. Wieder mal auf Abenteuertour. Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Ich gebe nicht auf. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Glaub nicht, dass ich deinen Koboldfreund vergessen habe. Aber Ominous hilft mir nicht, also tust du es vielleicht. Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Skriptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Skriptorium könnte die Antwort sein. Ominous hat recht. Sich mit den dunklen Künsten abzugeben ist gefährlich. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gorns wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous' Familiengeschichte ist zu persönlich. Ich möchte mehr darüber erfahren, wenn du es mir erzählen willst. Ich sage es auch nicht weiter. Also gut. Aber das bleibt unter uns. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Kruziatus-Fluch etwas? Kruzio, richtig? Der Kruziatus-Fluch. Auch Folterfluch genannt. Er fügt dem Opfer unerträgliche Schmerzen zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel aus Spaß, Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte. Aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Wie entsetzlich. Armer Ominous. Er war doch noch ein Kind. Er sollte sich nichts vorwerfen. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcraft. Ominous vertraut mir. Und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. So, damit haben wir den Auftrag im Schatten der Blutlinie auch schon abgeschlossen. Jetzt müssen wir einfach nur warten. Wir gehen einmal auf die Karte. Ja, gehen ein-, zweimal auf warten. Und dann müsste sich die ganze Aufgabe aktualisiert haben, sodass wir die neue bekommen von Sebastian. Ja, was auch oft noch hilfreich ist, wenn ihr euch einfach mal zu einer anderen Flowflamme reportet, zum Beispiel in den Raum der Wünsche oder egal wohin eigentlich. So, jetzt gehe ich noch einmal auf die Karte, gehe noch einmal auf warten. Ich habe Ominous wegen dem Skriptorium von Salazar Slytherin ausgefragt, aber vergeblich. Triff mich vor dem Slytherin-Gemeinschaftsraum. Wir müssen reden. So, wir haben den neuen Auftrag bekommen. Schauen wir uns den auch gleich mal an, hier im Schatten des Studierzimmers. Ja, Belohnung können wir auch schon sehen. Also es geht jetzt auch um die unverzeihlichen Flüche, wer sie noch nicht kennt. So, wir müssen hier ins Schloss gelangen. Wir porten uns erstmal zur großen Treppe. Ja, hier nehmen wir natürlich die Flowflamme mit und auch die Kiste hier. Ja, hier nehmen wir. Ich weiß nicht, wie sich der Eingang zum Skriptorium befindet und Ominous sagt es mir nicht. Hm. Vielleicht sollte ich mit Ominous reden. Du? Ein Versuch wäre es wert, aber mach dir keine Hoffnung. Ominous ist extrem stur. Ist ja nichts Neues. Ich weiß, wo er ist. Ich bring dich zu ihm und lass euch allein. Komm mit. Hier entlang. Halte die Augen auf. Man weiß nie, wer einen beobachtet. Auch wenn uns das nie aufgehalten hat. Doch, eigentlich schon. Wir wurden geschnappt. Verdammter Poltergeist. Diese Nervensäge. Da ist er. Viel Glück. Was machst du hier? Hallo, Ominous. Hast du kurz Zeit? Was gibt's? Was haben du und Sebastian jetzt wieder vor? Bitte, Ominous. Ich habe dir doch anvertraut, was mit der Krypta passiert ist. Sebastian wollte nur, dass ich an einem sicheren Ort Zauber üben kann, um zu den anderen Fünfklässlern aufzuschließen. Er dachte, er stört dich nicht. Das ergibt wohl Sinn. Es ist nur so, dass Sebastian mir in letzter Zeit ständig mit irgendwas auf die Nerven geht. Sag nicht, er redet immer noch von... Was war das? Einem Skriptorium? Er hat dir davon erzählt? Ja. Wir sprachen über die Gründer von Hogwarts. Da hat er es erwähnt. Mehr wollte er aber nicht sagen. Ja, er glaubt, dass es die Antwort auf Ants Rettung enthält. Nur wahrscheinlich steckt es voller schwarzer Magie, die man besser nicht anrührt. Warte mal. Du warst noch nie dort drin? Natürlich nicht. Das weiß ich nur dank meiner Lieblingstante Noctua. Sie dachte wie ich. Widersprach der Familie, was schwarze Magie angeht. Tatsächlich wollte sie meine Familie davon überzeugen, dass es Salazar Slytherin um mehr als die Verehrung von Reinblütigkeit ging. Sie hörte vom Skriptorium und dachte, es könnte etwas Licht über ihn ins Dunkel bringen. Sie fand sogar den geheimen Eingang. Genau in diesem Korridor. Sie schrieb meinem Vater regelmäßig über ihre Bemühungen. Irgendwann verschwand sie einfach. Niemand sonst hat je versucht, hineinzukommen. Das mit deiner Tante tut mir leid. Willst du nicht herausfinden, was ihr passiert ist? Tante Noctua hatte gute Absichten und verlor dabei ihr Leben. Ich will nicht, dass sowas nochmal passiert. Du weißt nicht, ob sich die Geschichte wiederholt. Außerdem meintest du, deine Tante dachte wie du. Das könnte ihr Andenken ehren. Deine Fragen zu Slytherin und Sebastians Fragen zu Anne beantworten. Deine Tante hat das allein durchgezogen. Wir könnten es gemeinsam tun. Hm. Gut, ich sehe schon. Und ich gebe zu, du hast mich überzeugt. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Gut, ich erzähle, was ich weiß. Wo ist Sebastian? Ich warte hier. Ich hoffe, ich... Wir bereuen das nicht. Sebastian! Hier drüben! Diese Feuerstellen öffnen das Skriptorium. Jetzt verrätst du es? Ich habe dich angefläht und du hast nichts gesagt. So, die Tür öffnen wir eben mit dem Zauber Confringo einfach. Ja, einfach die drei Statuen hier in der Nähe einmal entzünden. Confringo! Na, Freiköpfchen sind besser als einer. Dir passiert irgendwas? Ich hoffe, wir sind bereit dafür. Dunkle, unheilvolle Gänge. Die liebe ich ja. Revelion, denk dran. Ach komm schon, der war gut. Ein Tagebucheintrag. Von Noctua Gaunt. Ominous, deine Familie war hier. Und hier brauchen wir natürlich nur den Zauber Reparung. Der Schutt formt ein Relief mit einem Menschen und einer Schlange. Dann höre ich wohl ihre Stimme. Die Stimme ist uralt. Du hörst eine Stimme? Es fing an, als du das Relief repariert hast. Ein Flüstern, das sagte, sprich mit mir. Ich bin ein Parselmund. Das heißt, ich kann mit Schlangen reden. Nahezu jeder bekannte Parselmund stammt von Salazar Slytherin ab. Ich würde auch gerne mit Schlangen reden können. Diesen Wunsch solltest du überdenken. Die Parselsprache wird oft mit schwarzen Magiern assoziiert. Ich hab sie ewig nicht gesprochen, aber ich denke, wenn ich es tue, wird sich die Tür öffnen. Ich hoffe, du überdenkst das noch einmal. Ich sehe keinen Grund, jetzt aufzuhören. Als ich von zu Hause wegging, schwor ich, die dunklen Künste hinter mir zu lassen. Doch hier bin ich nun. Vorsicht! Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Es hat geklappt. Omenis, das ist wirklich eine herausragende Fähigkeit. Neben euch beiden fühle ich mich ja richtig unscheinbar. Neben uns beiden? Ich... Vergiss es. Incendium! Rivalium! Wie in einem Labyrinth. So, hier haben wir jetzt relativ einfache Rätsel. Mehrere Türen, die wir öffnen müssen. Und ihr seht bei den Türen immer solche Symbole. Eins oben, eins unten. Und habt dann irgendwo in der Nähe oder in einem anderen Raum, habt ihr solche Schlangenstatuen hier, wo ihr... Könnt ihr unten die Rädchen sehen, wo ihr eben genau diese Symbole einfach einmal einstellen müsst. Das heißt, wir haben hier diesen Kreis mit ja, mit so einem halben Mond, ne, rechts drumherum und unten halt die, ja, die Schlange, das Schlangensymbol. Das muss auch relativ schnell passieren, ja. Also ihr dürft da nicht zu lange für brauchen. Ansonsten müsst ihr es normal machen. Und kriegt auch leider von der Schlange ein bisschen Schaden. Also... Aber wenn ihr genug Heiltränke habt, sollte das kein Problem sein. So, jetzt haben wir das Ganze hier auf jeden Fall schon mal geöffnet. Auf der rechten Seite, wie gesagt, zuerst. Hier haben wir jetzt die Statue, die wir dann später brauchen, für ein anderes Tor. Das Tor, was wir eben durch die Wand sehen können. Wir gehen jetzt erst mal weiter. Na ja, sehen hier einmal ein Tor, wie gesagt. Merken wir uns kurz. Wir gehen hier unten einmal entlang. Knappen uns alles. Wir haben hier eine weitere Statue. Dann schauen wir uns die Symbole mal auf diesem Tor hier an. Ja, das oben ist so ein bisschen kaputt, sag ich mal. Aber wir merken uns, dass es so links so ein Horn hat. Ja, oben links so ein Horn, was so absteht. Und unten, ja, was ist das? Dreieck unten rechts. Und oben dann noch den weiteren Strich. Merkt euch die natürlich auf eine Art und Weise, wie ihr es könnt. Wenn ihr kein gutes Kurzzeitgedächtnis habt, dann macht euch einen Screenshot oder zeichnet euch das kurz ab. Aber sollten die meisten, denke ich, auch so hinbekommen. Also Horn und Dreieck. Noctua erwähnt schmerzhafte Herausforderungen. Noch ein Tor. Slytherin trinkt wohl gerne Spielchen. Muss in der Familie liegen. Du musst gerade reden, Sebastian. Das klang vielversprechend. Noch ein Rad gelöst. Beeindruckend. Noctua erwähnt schmerzhafte Herausforderungen. Aber auch Belohnungen. Schmerzhaft. Der Teil gefällt mir nicht. So, hier haben wir eine weitere Tür. Ich habe nur Belohnungen gehört. Symbol oben ist, ja, schlecht gezeichneter Vogelkopf, sage ich mal. Und unten haben wir so eine Art Pyramide. Oder, ja, auch Dreieck. So merke ich mir das auf jeden Fall. Dann müssen wir einmal komplett zurück, wie gesagt. Omenis. Deine Tante wollte eure Familientraditionen ändern. Gute Arbeit. Wir sind dem Skriptorium einen Schritt näher. Rivelio. Ich habe da vorne was gesehen. Sieht unheimlich aus. Dieser Ort ist beunruhigend. Aber meiner Tante zuliebe müssen wir weitermachen. Das Tor! Wir sind wohl eingesperrt. Mal wieder. Dann ist Salazar Slytherin noch nicht fertig mit uns. Omenis. Ein Skelett. Und Noctuas letzter Eintrag. Sie erwähnt, dass sie hier gefangen war. Gefangen von einem unverzeihlichen Fluch. Hier ist sie gestorben. Und hier werden wir auch sterben. Ich hätte nicht auf euch hören sollen. Omenis. Das mit deiner Tante tut mir sehr leid. Aber ich weiß, was zu tun ist. Das wird gar nicht einfach. Du meintest, du weißt, was zu tun ist. Gequälte Gesichter auf der Tür und in den Stein ist Kruzio eingraviert. Ich vermute, die Tür öffnet sich, wenn wir den Kruziatus-Fluch wirken. Deshalb ist Noctua gestorben. Sie konnte den Fluch auf niemanden wirken. Omenis hat die meiste Erfahrung damit. Er sollte es tun. Du scheinst in Omenis' Gunst zu stehen. Kannst du ihn fragen? Ich rede mit ihm. Ich würde es nicht tun. Der Kruziatus-Fluch ist pure Folter. Das weiß ich. Sebastian hat mir erzählt, was dir als Kind passiert ist. Klingt, als hättest du keine Wahl gehabt. Ich hätte wissen müssen, dass er es dir sagt. Und man hat immer eine Wahl. Ich bin so schuldig wie der Rest meiner Familie. Unverzeihliche Flüche funktionieren nur, wenn man es wirklich will. Ich wollte diesen Schmerz zufügen. Und das werde ich mir niemals verzeihen können. Seinetwegen habe ich keine Familie mehr. Du und Sebastian werdet eine andere Lösung finden müssen. Wenn du Kruzio wirkst, wirst du es ewig bereuen. Was machen wir jetzt? Omenis will den Kruziatus-Fluch nicht nochmal wirken. Lächerlich. Als wäre hier zu verenden besser, als diesen elenden Zauber zu wirken. Jetzt kommt es auf uns an. Ich kann dir Kruzio beibringen oder es gegen dich wirken. Warte. Du hast nicht erwähnt, dass du auch Kruzio beherrschst. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Omenis kennt ihn am besten. Aber er lässt uns keine Wahl. Ich will nicht wie Noctur Gaunt enden. Ich glaube, ich schaffe es, wenn es sein muss. Also, jetzt haben wir die Möglichkeit, den Fluch zu lernen. Wenn ihr aus Rollenspielgründen zum Beispiel das ablehnen wollt, könnt ihr das auch tun. Ihr könnt auch noch später von Sebastian die Flüche lernen, die Unverzeihlichen. Es gibt allerdings eine Warnung, die ich aussprechen muss. Später im Spiel gibt es noch einen Zeitpunkt, wo wir eine Entscheidung über Sebastian treffen werden. Und wenn er das Spiel verlassen sollte für uns, bedeutet das, dass wir dann nicht mehr die Möglichkeit haben, die Flüche zu lernen. Also überlegt es euch sehr gut. Was gibt es noch dazu zu sagen? Ursprünglich hatten die Entwickler mal geplant, ein Moralsystem einzuführen. Dann wäre unser Ruf beschädigt worden, wenn wir die unverzeihlichen Flüche genutzt hätten. Das hat es aber nicht ins Spiel geschafft. Von daher kann ich euch sagen, ihr könnt die ruhig nutzen ohne Ende. Und es wird sich nichts verändern im Spiel. Es macht also überhaupt keinen Unterschied. Ich entscheide mich jetzt einfach mal dafür, dass ich den Fluch auf jeden Fall lernen möchte. Ich muss ihn ja nicht benutzen und er soll es an mir ausführen. Ich will den Fluch lernen, aber ich will ihn nicht auf dich wirken. Du musst ihn auf mich anwenden. Ich werde das nicht vergessen. Bereit? Ja, bereit. Alles in Ordnung? Dieser Schmerz. Er war entsetzlich. Aber ich werde es überleben. Los, weiter. Wir haben es geschafft. Das ist Salazar Slytherin's Skriptorium. Wir sind hier. Unfassbar. So, wir sammeln erstmal alles ein, was wir so looten können. Wie immer halt. Ja, hier gibt es auch eine Handbruchsseite unten. Die nehme ich auch direkt mit. Sebastian, Ominous, hier drüben ist ein Buch. Hier drüben ist ein Buch. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das Eigentum eines Gründers von Hogwarts. Was für eine Ehre. Unglaublich, dass Ominous nie von seiner Tante und ihrer Entdeckung sprach. Was wirst du mit Slytherins Zauberbuch tun? Was ich mit jedem Buch tue. Es lesen. Mit Lehrern als Eltern gewöhnt man sich das schon früh an. Aber das kann ich noch später. Erst sollten wir diesen Raum erkunden. Atemberaubend. So, jetzt müssen wir kurz warten, weil wir haben ja schon alles erkundet, alles eingesammelt. Und dann werden wir gleich das Skriptorium wieder verlassen. Wir hatten Glück. Wir hätten sterben können. Wir dürfen so etwas nie wieder tun. Ominous, deine Tante... Sebastian, bitte. Ich habe das vorhin ernst gemeint. Wir schwören uns jetzt, dass wir schwarze Magie und alles, was damit zu tun hat, nie wieder anrühren. Verstanden. Das mit deiner Tante tut mir wirklich leid, Ominous. Ich schätze, nach allem bin ich dankbar zu wissen, was mit ihr geschah. Danke. So, damit haben wir den Auftrag im Schatten des Studierzimmers abgeschlossen. Und haben unseren ersten unverzeihlichen Fluch gelernt. Ich werde den auch mal ausrüsten. Ich werde auf jeden Fall in den späteren Folgen das auch mal zeigen. Auch die starken Kombis, die es dann gibt mit den dazugehörigen Talenten. Ja, dann sind wir hier erstmal fertig mit dieser Folge. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich für's Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. либо Vielen Dank.